Yes, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr heute da seid. Du darfst mal eine Person begrüßen und nach vorne einladen. Wenn ihr noch hinten seid, kommt gerne nach vorne. Wenn du einen Platz in der letzten Reihe hast, du bist herzlich eingeladen, noch weiter nach vorne zu kommen. Wir sind heute Morgen hier aus einem Grund und der heißt Jesus. Wir sind heute hier, um ihm zu begegnen, ihn zu lieben, ihm zu dienen, ihm zu singen. Und deshalb lade ich euch ein, mit uns zusammen aufzustehen. Wir werden mit Lobpreis starten, unseren Blick auf Jesus richten, ihn willkommen heißen, ihn lieben. Yes, Amen. Und ich komm mit Dankbarkeit und Lobpreis in deine Nähe her, wie ein Sieger vor deinem Thron. Ich sing dir Lieder meines Herzens. Weil ich dich so liebe, wie allein gehört, sei mein Lob. Du wohnst im Lobpreis deiner Söhne, im Lobpreis deiner Töchter, im Lobpreis deiner Kinder. Wir lieben dich. Wir lieben dich. Du wohnst im Lobpreis deiner Söhne, im Lobpreis deiner Töchter, im Lobpreis deiner Kinder. Wir lieben dich. Du wohnst im Lobpreis deiner Töchter, im Lobpreis deiner Töchter, im Lobpreis deiner Töchter. Im Lobpreis deiner Töchter, im Lobpreis deiner Kinder. Wir lieben dich. Du wohnst im Lobpreis deiner Söhne, im Lobpreis deiner Töchter, im Lobpreis deiner Kinder. Wir lieben dich. Du bist gut, gut, so gut, meine Seele singen. Du, gut, gut, so gut, du bist gut, gut, so gut, meine Seele singen. Du, gut, gut, so gut, deine Gnade hört niemals auf, sie ist jeden Morgen neu. Und sie bleibt bis in Ewigkeit, denn du bist für immer treu. Und deine Gnade hört niemals auf, sie ist jeden Morgen neu. Und sie bleibt bis in Ewigkeit, denn du bist für immer treu. Ja, deine Gnade hört niemals auf, sie ist jeden Morgen neu. Und sie bleibt bis in Ewigkeit, denn du bist für immer treu. Du rufst in Lobpreis deiner Söhne, in Lobpreis deiner Töchter, in Lobpreis deiner Kinder, wir lieben dich. Du rufst in Lobpreis deiner Söhne, in Lobpreis deiner Töchter, in Lobpreis deiner Kinder, wir lieben dich. Du bist gut, gut, so gut. Meine Seele sind gut, gut, so gut. Du bist gut, gut, so gut. Meine Seele sind gut, gut, so gut. Nein. Amen. Ist es nicht gewaltig, dass Jesus thront im Lobpreis seiner Kinder? Im Lobpreis seiner Kinder. Ich habe einen Psalm mitgebracht, wo eigentlich der Beweis, dass das, was wir gesungen haben, auch das ist, was in der Bibel steht. Nicht, dass das jemand von uns zweifeln würde, aber Psalm 22, Vers 4, da steht nämlich, du bist heilig und du wohnst dort, wo dein Volk Israel dir Loblieder singt. Und wir wissen, in dem Moment, wo wir Jesus unser Leben geben, gehören wir zu diesem Volk mit dazu und da sind wir Teil von dieser Familie. Und jetzt stell dir das mal bildlich vor, du singst für Jesus und Jesus setzt sich auf diesen Thron drauf und Jesus setzt sich in den Lobreis und er ist da und er ist heute hier. Was für eine Ehre, dass wir ihn anbeten dürfen. Was für eine Ehre und Jesus, wir sagen dir danke, 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 dass wir nicht irgendwie erst 100.000 Schritte erfüllen müssen, bis wir qualifiziert sind, dich zu loben. Herr, sondern dass du aus dem Lobreis, den wir dir jetzt bringen, in diesem Zustand, in dem wir sind, das, was gerade ist, Herr, so wie wir sind, singen wir für dich und das ist genug für dich, dass du sagst, ich komme und ich throne da und ich wohne darin. Danke, Jesus und wir sagen heute, wir wollen dich anbeten, Jesus, in diesem Lobreis. Wir wollen vor dich treten, Herr und wir möchten einfach, Jesus, dich anbeten und dich groß machen. Wir wollen dich lieb haben heute in unserem Lobreis. Danke, dass du hier bist, Jesus. Danke, dass du hier bist. Amen. Du hast es falsches, du durchzwingst dich. Geist des Vaters, du durchzwingst dich. Ich freige Geister, und erfüll mich. Komm, erfüll mich. Mach mich durch deine Gnade, Herr, vollkommen rein. Lass deine Liebe wieder neu in dir sein. Ich such dich, ich brauch dich, ich liebe deine Nähe. Ich such dich, ich brauch dich, ich liebe deine Nähe. Ich such dich, ich liebe deine Liebe. Ich such dich, ich liebe deine Liebe. Wenn du da bist, wenn du eine Gnade startkomm enthält, Euer Gott. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich will dich sehen, sing aus. Ich will dich sehen, in deiner Frau. Leuchte nach oben und her. Gieß aus deine Liebe und Macht. Wir singen heilig, heilig, heilig. Ich will dich sehen, in deiner Frau. Leuchte nach oben und her. Gieß aus deine Liebe und Macht. Wir singen heilig, heilig, heilig. Ich will dich sehen, in deiner Frau. Leuchte nach oben und her. Gieß aus deine Liebe und Macht. Wir singen heilig, heilig, heilig. Ich will dich sehen, in deiner Frau. Leuchte nach oben und her. Gieß aus deine Liebe und Macht. Wir singen heilig, heilig, heilig. 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 Ich will dich sehen. Jesus, du bist heilig. Heilig, 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 singst ihm zu, oh heilig, 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 ich will dich sehen, oh heilig, heilig, heilig. Heilig, 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 ich will dich sehen, oh heilig, 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 du bist heilig, 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 Jesus du bist heilig, 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 he Heilig, 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 heilig Ich bin in deiner Kraft, leuchten erhoben und herrlich Wie das deine Liebe uns war, wir singen Heilig, heilig, heilig Ich will dich sehen, ich bin in deiner Kraft Leuchten erhoben und herrlich Wie das deine Liebe uns war, wir singen Heilig, heilig, heilig Herr, öffne du mir die Augen, Herr, öffne du mir das Herz Ich will dich sehen, ich will dich sehen Herr, öffne du mir die Augen, eröffne du mir das Herz Ich will dich sehen, ich will dich sehen Ich will dich sehen, ich will dich sehen, ich will dich sehen Ich will dich sehen, ich will dich sehen, ich will dich sehen, heilig, heilig, heilig Gieß aus deine Liebe und mag, wir singen Heilig, 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 heilig Heilig, 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 heilig Ich will dich sehen, ich will dich sehen, heilig, 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 heilig Ich will dich sehen, heilig, 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 heilig Ich will dich sehen, ich will dich sehen, heilig, 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 heilig Ich habe Sehnsucht nach dir, mein ganzes Herz ruft nach dir für alle Zeit Bist du allein, mein Alles? Du hast für lange nach mir Dein Herz verzehrt sich nach mir Für alle Zeit bin ich ganz dein, mein Alles? Mein Herz bin für dich, ja, ich liebe dich, Jesus, mein Ein und Alles Mein Herz singt zu dir, und alles ruft in mir Ich habe Sehnsucht nach dir, mein ganzes Herz ruft nach dir für alle Zeit Bist du allein, mein Alles? Bist du allein, mein Alles? Dein Herz bin für dich, mein ganzes Herz Dein Herz verzehrt sich nach dir für alle Zeit Bin ich ganz dein, mein ganzes Herz Mein Herz bin für dich, ja, ich liebe dich, Jesus, mein Ein und Alles? Mein Herz singt zu dir, mein Herz singt zu dir, und alles ruft in mir, Jesus, mein Ein und Alles? Und mein Herz singt zu dir, und alles ruft in mir, Jesus, mein Ein und Alles? Mein Herz singt zu dir, und alles ruft in mir, Jesus, mein Ein und Alles? Mein Herz singt zu dir, und alles ruft in mir, Jesus, mein Ein und Alles? Mein Herz singt zu dir, und alles ruft in mir, Jesus, mein Ein und Alles? Ich will nur noch dich, mein Herz singt zu dir, und alles ruft in mir, Jesus, mein Ein und Alles? Ich will nur noch dich, du bist mein Geliebter, und ich gebe alles hin, will nur bei dir sein, ich bin ein Verliebter, und niemand neben dir. Ich will nur noch dich, ich will nur noch dich, du bist mein Geliebter, und ich gebe alles hin, will nur bei dir sein, ich bin ein Verliebter, und niemand neben dir. Ich will nur noch dich, ich will nur noch dich, ich bin ein Verliebter, und ich gebe alles hin, will nur bei dir sein, ich bin ein Verliebter, und niemand neben dir. Ich will nur noch dich, ich will nur noch dich, ich will nur noch dich, ich bin ein Verliebter, und ich gebe alles hin, will nur bei dir sein, ich bin ein Verliebter. Ich will nur noch dich, mein Herz singt zu dir, und alles ruft in mir, Jesus, mein Ein und Alles? Ich will nur noch dich, mein Herz singt zu dir, und alles ruft in mir, Jesus, mein Ein und Alles? Und niemand neben dir, und niemand neben dir. Ich will nur noch dich, ich will nur noch dich, du bist mein Geliebter, und ich gebe alles hin, ich will nur bei dir sein, ich bin ein Verliebter. Ich will nur noch dich, mein Herz singt zu dir, und alles ruft in mir, Jesus, mein Ein und Alles? Mein Herz singt zu dir, mein Herz singt zu dir, und alles ruft in mir, Jesus, mein Ein und Alles? Du bist mein Ein und Alles? Du bist mein Ein und Alles? Ich will nur noch mich, mein Herz singt zu dir, und alles ruft in mir, ich bin ein Verliebter. Oh, mein Herz brennt für dich allein, Jesus, 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 Herr, du bist da, Herr, mein Herz brennt für dich. Jesus, 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 und mein Herz brennt für dich. Jesus, Jesus, und mein Herz brennt für dich. 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 Jesus und mein Herz brennt für dich und mein Herz brennt für dich. Jesus und mein Herz brennt für dich und mein Herz brennt für dich. Jesus 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 und mein Herz brennt für dich. Gott ist. Trachte danach Jesus anzubeten. Jesus und mein Herz brennt für dich. Und mein Herz brennt für dich. Jesus 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 und mein Herz brennt für dich. Jesus, mein Ein und Alles, niemand neben dir, ich will nur noch dich. Du bist mein Geliebter und ich geb alles hin, will nur bei dir sein. Ich bin ein Verliebter, mein Herz brennt für dich, ja, ich liebe dich. Jesus, mein Ein und Alles, mein Herz singt zu dir und alles wohnt in mir. Jesus, mein Ein und Alles, mein Herz brennt für dich, ja, ich liebe dich. Jesus, mein Ein und Alles, mein Herz singt zu dir und alles ruft in mir. Jesus, mein Ein und Alles, alles bist du für mich. Jesus, wir sagen, wir haben dich lieb. Du bist unser Ein und Alles. Danke, Jesus, dass du ein Gott zum Liebhaben bist, dass du der Gott zum Liebhaben bist, dass du der Gott bist, der uns liebt und dass du der Gott bist, den wir liebhaben dürfen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und es gibt niemand anderen neben dir. Keiner ist wie du, Jesus. Keiner ist wie du. Wir danken dir, Jesus, dass du wirklich alles unter Kontrolle hast. Wir möchten ganz kurz auch in eine Zeit von Fürbitte gehen. Und mir geht es in letzter Zeit so, man sieht so viele Nachrichten über, was gerade in Deutschland passiert, Dinge, schreckliche Dinge, die passieren. Und es gibt, glaube ich, zwei Arten, wie man da drauf reagieren könnte. Das eine ist, dass man sagt, oh, Deutschland ist auch nicht mehr das, was es mal war und früher war es nicht so schlimm und sowas gab es früher nicht und so. Oder man kann sagen, warte mal, ich bin doch ein Königskind und der König hat mir den Auftrag gegeben, zu beten für mein Land. Und der König hat mich hier in dieses Land reingesetzt. Und deswegen möchte ich uns mit reinnehmen in eine Zeit, wo wir anfangen zu beten für Deutschland. Wir sind diejenigen, die dieses Land verändern, weil wir Jesus in uns tragen, weil wir von Jesus diese Autorität und diese Kraft bekommen haben, über unser Land zu sprechen, zu prophezeien, das Land zu verändern, in die politische Situation reinzusprechen, in die Stimmung von dem ganzen Volk reinzusprechen. Wir haben diese Autorität und ich möchte, dass wir beten mit Römer 16, Vers 20. Da steht nämlich, der Gott des Friedens aber wird in Kurzem den Satan unter euren Füßen zermalmen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. Und dieser Vers spricht über diese Autorität, die wir haben, dass Gott sagt, er ist ein Gott des Friedens und er wird Satan zertreten unter euren Füßen. Wusstest du, dass der Satan unser unteren Füßen ist und dass dieses ganze Böse, was in unserem Land aufsteht, versucht aufzustehen und dieses Ganze, was versucht, Stimmung zu machen, dass wir das zertreten dürfen? Denn der Gott des Friedens wird den Satan zertreten unter deinen Füßen. Sagt mal, Satan, ich zertrete dich unter meine Füße. Unter meine Füße. Du bist unter meinen Füßen. Und ich spreche jetzt einfach so ein paar Sachen aus, die wir zertreten wollen. Und du kannst, ich lade euch ein, eine prophetische Handlung zu machen und einfach zu zertreten. Und du kannst dir das vorstellen, vielleicht, wenn da irgendwelche Nachrichten in den Medien sind, die dir Sorge machen. Du kannst sie zertreten einfach. Halleluja. Und Jesus, wir bringen dir Deutschland her und wir zertreten jetzt im Namen von Jesus Christus alle Unruhe. In Jesu Namen, jede Unruhe, die in unserem Land sich groß macht, wir zertreten es im Namen von Jesus Christus. Wir zertreten jede Gewalt und Gewaltverherrlichung in Jesu Namen. Wir zertreten jeden Hass, der aufsteht, in welche Richtung auch immer er geht. Aber Jesus, Hass kommt nicht von dir und wir zertreten den im Namen von Jesus Christus. Wir zertreten alle ungöttlichen Ideologien, die gelehrt werden in Schulen und Kindergärten und sonst irgendwo. Herr, wir zertreten das im Namen von Jesus Christus. Jede ungöttliche Ideologie, wir zertreten es in Jesu Namen. Wir zertreten alle Lügen, die über unserer Jugend ausgesprochen werden. Alle Lügen, die über unsere Kinder ausgesprochen werden. Die Lügen, die über unsere Zukunft ausgesprochen werden. Wir zertreten sie im Namen von Jesus Christus. Herr, wir zertreten sämtliche Festlegungen, die gemacht wurden. Negative Worte, die gesagt wurden über unsere Wirtschaft, über unser Finanzsystem. Wir zertreten das im Namen von Jesus Christus. Alle negativen Festlegungen, wir zertreten sie in Jesu Namen. Herr, wir zertreten jede Hoffnungslosigkeit, Herr, jede Trauer, jede Sorge um die Zukunft. Herr, wir zertreten sie in Jesu Namen. Wir sagen, Satan, du bist unter unseren Füßen und Deutschland gehört zu Jesus Christus. 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 Jesus, du bist der König über Deutschland. Der König über Deutschland. Der König über Deutschland. Der König über Deutschland. Jesus, Deutschland gehört dir. Deutschland gehört dir. Die Menschen von Deutschland gehören dir, Jesus. Alles, was passiert, gehört dir, Jesus. Jesus, Halleluja, Jesus, wir sagen, du bist der König und du regierst 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 im Namen von Jesus Christus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Nochmal, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Im Namen von Jesus Christus. Amen. Amen. Amen, 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 Amen. Juhu. Sag mal ganz laut, Halleluja. Halleluja. Sag nochmal, Halleluja. 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 Amen. Manchmal müssen wir uns erinnern, dass wir auch jubeln müssen. Amen, Amen. Ihr dürft euch setzen. Und ich will euch willkommen heißen. Schön, dass ihr heute da seid. Das ist Gottesdienst. Wenn du vielleicht zum ersten Mal hier bist und dich fragst, was war denn das jetzt? Das ist Gottesdienst. Amen. Wir möchten jetzt auch kurz uns noch Zeit nehmen, um eine Kollekte einzusammeln. Und gestern habe ich mich mit einer Freundin unterhalten. Wir waren spazieren. Und dann hat sie zu mir gesagt, Lisa, wenn ich viel brauche, dann gebe ich viel. Und wenn ich eine große Not habe, dann gebe ich ein großes Opfer. Und es ist so spannend im Königreich Gottes, weil es ist ein Prinzip, das wir überall in der ganzen Bibel sehen, dass wir geben und Jesus segnet es, aber wir nicht erst was bekommen und dann was geben, sondern manchmal ist es andersrum. Manchmal müssen wir sagen, Jesus, ich vertraue dir und ich vertraue darauf und ich mache eine Deklaration, so eine prophetische Handlung, um zu sagen, meine Quelle von dem, was ich bekomme, ist nicht das, was ich von der Welt bekomme, sondern meine Quelle ist Jesus Christus. Und ich will, weil mich das so ermutigt hat gestern, ich will euch diese Ermutigung weitergeben, wenn du viel brauchst gerade, dann gib viel. Und wenn du eine große Herausforderung gerade hast, dann fordere Gott heraus und sag Gott, ich vertraue dir aber. Das sieht aus, als ob da gerade ein Riesenloch ist, aber ich vertraue dir Gott und ich verspreche euch, er stellt sich dazu. Und ich habe so oft in meinem Leben erlebt, dass genau das passiert ist. Und ich gegeben habe, nicht aus dem Überfluss heraus, sondern gegeben habe aus Gehorsam heraus und Jesus hat sich dazu gestellt und er hat es gesegnet. Und ich habe immer, immer, immer mehr zurückbekommen oder mehr, wie soll ich sagen, ja, mehr dann gehabt, als das, was ich ihn überhaupt gebeten habe oder so. Wisst ihr, wie ich meine? Amen. Und ich werde dafür beten und dann werden die Ordner rumgehen. Danke, Jesus, dass du unser Versorger bist. Danke für dieses Geheimnis, dass wir, in dem wir leben dürfen, Herr, wenn wir geben, dann gibst du überreicht zurück, Jesus. Ich danke dir dafür, dass wir uns um nichts Sorgen machen müssen. Wir sagen heute auch, Jesus, ganz bewusst mit dem, was wir geben, Jesus, wir sagen bewusst, unsere Quelle von Versorgung kommt von dir. Du bist unser Versorger. In Jesu Namen. Amen. Amen. Die Ordner werden rumgehen. Und dann haben wir heute Kindergottesdienst für eine, wir sagen immer für die Kleinen und Großen, aber eigentlich, ja, wir haben, eigentlich sind wir hier die Großen. Das ist eigentlich hier, wir sind ja auch Kindergottesdienst. Eigentlich haben wir den Kindergottesdienst und die anderen haben auch einen Kindergottesdienst. Aber, genau, die Kids dürfen in ihre Räume gehen, die, ja, genau. Und dann freue ich mich, dass heute ein richtig, ja, ein starker Mann Gottes heute predigen wird, der für Jesus lebt, ihn liebt, sein ganzes Leben hingegeben hat und hingibt für Jesus. Und eigentlich ist es gut, dass ich auch gerade gesagt habe, dass es ein Kindergottesdienst ist, der ist nämlich da ganz gut da dringend geübt, zu jungen Leuten zu sprechen und wir sind ja alle jung, Halleluja. Jung wie Adler und so, lesen wir in der Bibel auf jeden Fall. Heute wird der Timon predigen, er ist unser Jugendleiter und er macht auch die Teenie-Arbeit mit den Teens und überhaupt ist er einfach ein genialer Mann Gottes. Heißen wir ihn mal willkommen. Ich freue mich voll, heute euch mitnehmen zu dürfen in ein richtig geniales Wort aus der Bibel. Vielleicht können wir am Anfang nochmal aufstehen, alle zusammen, wenn du es kannst und wir können einfach unsere Hände mal so hinhalten zu Gott. Die Bibel sagt, gesegnet sind die Armen im Geist. Das heißt nicht, dass gesegnet sind die geistig Armen, sondern sind die Armen im Geist, sind diejenigen, die sich abhängig machen vom Geist, abhängig machen von Gott. Und als solche wollen wir einfach heute kommen. Ich glaube, das macht was mit unserem Herzen, wenn wir mit dieser Haltung kommen. Jesus, wir danken dir, dass du heute unser täglich Brot für uns hast. Danke, dass du heute zu uns sprechen willst und zu uns sprechen wirst. Danke, Jesus, dass wir hier stehen dürfen vor dir in deiner Gegenwart. Danke, dass wir dich lieben dürfen. Danke, dass du uns liebst. Danke, Heiliger Geist, dass du gerade jetzt hier bist, dass du unsere Herzen vorbereitest. Wir wollen fruchtbarer Boden sein, auf dem deine Worte fallen und vielfach Frucht bringen. Herr, lass diesen Sonntag nicht vorbeigehen, ohne dass wir gehört haben, was du zu uns sprechen willst. Lass diesen Sonntag nicht vorbeigehen, bevor wir nicht deine Liebe spüren, Herr. Herr, Herr, wir strecken uns aus nach dir. Wir brauchen dich, wir sind abhängig von dir. Komm du heute, sprich zu mir, sprich zu uns, Heiliger Geist. Amen. Amen. So gut. Wer genießt auch so sehr Gottes Gegenwart? Ist da noch jemand da? Halleluja. Dafür sind wir doch hier, oder? Genau, wir sind ja schon seit ein paar Tagen, nein, ein paar Sonntagen, besser gesagt, reden wir immer über ein Thema und das ist das Thema Liebe. Und wir haben von Michael gehört und von Samuel und von der Lisa verschiedene Dimensionen von dieser Liebe. Einmal haben wir gehört, wie sehr Gott uns liebt. Wir haben gehört, dass Gott Liebe ist und wir haben gehört, dass Gott uns liebt. Wir haben gehört, wie wir Gott lieben können und wir haben gelernt und gehört, dass wir unseren Nächsten lieben sollen und können. Und ich möchte heute noch eine Dimension weitergehen und zwar sagt, wenn wir einen Bibeltext anschauen, 1. Johannes 4, dass wir einander lieben. Okay. Ich hatte eigentlich schon im Kopf einen anderen Bibelfers und dann, als der Michael gepredigt hat, war ich in Hessen, war ich nicht da, dachte ich, bevor ich jetzt richtig loslege mit dem Vorbereiten, schaue ich mir nochmal seine Predigt an und habe festgestellt, oh, er hat genau die Bibelstelle über die gepredigt, über die ich auf dem Herzen hatte. Aber es ist gut, dass ich jetzt eine andere Bibelstelle habe, weil die ist mindestens genauso genial. Genau. 1. Johannes 4 wollen wir uns nämlich angucken. 1. Johannes 4, Vers 7 bis 12. Geliebte, lasst uns einander lieben. Ja, hier schreibt Johannes an eine Gemeinde. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Und hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat, als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Amen. Was für ein wunderbarer Text. Da steckt so, so viel drin. Und ich möchte einfach mit uns zusammen durch diesen Text durchgehen und raushauen, was nur geht, weil ich glaube, da ist wirklich viel Tiefe drin in dem Text. Erster Vers ist, Geliebte, lasst uns einander lieben. Wir sehen also, Johannes, er schreibt an die Geliebten, das heißt, er schreibt an eine Gemeinde, an seine Glaubensbrüder und Schwestern. Und er sagt, lasst uns einander lieben. Ich habe vorher schon gesagt, wir haben gehört, dass Gott uns liebt. Wir haben gehört, dass wir den Nächsten lieben sollen. Der Samuel hat über das höchste Gebot, lieb deinen Nächsten, für dich selbst geredet. Und wir haben vor allem gelernt, auch gehört, letzte Woche von der Lisa, dass diese Beziehung zu Jesus, dass das Elementar ist, dass das das Wichtigste ist. Ja, dass wir wissen dürfen, Jesus liebt uns und deshalb dürfen wir ihn lieben. Und er sagt jetzt aber hier, liebt einander. Also er sagt, ihr, die ihr teilt von einer Kirche, von dieser Kirche seid, an die ich schreibe, liebt einander. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir einfach, wir haben es, ich glaube, die letzten Wochen auch schon gehört, aber einfach nochmal um diesen Grund, diese Grundlage zu legen, von was für einer Liebe reden wir hier eigentlich? Und wir sehen, im Griechischen gibt es drei Begriffe. Ich möchte einfach ganz kurz durchgehen, damit wir so eine Grundlage haben. Wenn wir in Deutsch dieses Wort lieben haben, dann kann es alles heißen. Ja, ich liebe Chips, ja, ich liebe, keine Ahnung, die deutsche Fußballnationalmannschaft, weil sie gewonnen hat. Ganz besonders liebe ich Toni Kroos. Aber ich liebe auch meine Mama und ich liebe Gott. So, und es ist alles dasselbe Wort. Aber im Griechischen gibt es eben diese drei Wörter. Und das eine ist Eros, ja, das kennen wir von Erotik, das ist praktisch diese erotische Liebe, diese sexuelle Liebe. Es gibt Filia, Filia ist eine freundschaftliche, familiäre Liebe. Also wenn ich sage, ich liebe meine Mama, dann ist es die Filia-Liebe. Und die Liebe, von der wir hier sprechen werden, von der ich sprechen werde hier und von der Johannes in diesem Text spricht, ist die Agape-Liebe. Und die Agape-Liebe ist eine ganz besondere Liebe. Weil Agape-Liebe ist mehr als irgendeine Mitmenschlichkeit, man hilft seinem Nachbarn oder man ist freundlich. Agape-Liebe ist eine aufopferungsvolle Liebe und sie schaut nicht ein bisschen auf sich selbst. Warum diese Liebe, diese selbstlose Liebe, die kommt ausschließlich von Gott. Agape-Liebe ist nicht etwas, was wir Menschen tun können, was wir produzieren können, wo wir machen können, sondern Agape-Liebe ist die Liebe, die ausschließlich aus Gott kommt. Und wir haben vorher den Text in 1. Johannes 4 gelesen und kurz vorher beschreibt Johannes so ein bisschen, was diese Agape-Liebe beinhaltet. Ich möchte da ganz kurz darauf eingehen. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er, das schreibt von Jesus, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Und auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Und wenn er sagt, hieran haben wir die Liebe erkannt, dann redet er natürlich von dieser Agape-Liebe. Das heißt, diese Liebe ist so radikal, so tief, so selbstlos, dass er sagt, diese Liebe hat Jesus ans Kreuz getrieben. Jesus hat sein Leben gegeben am Kreuz aufgrund von dieser Liebe. Er hat nicht auf sich selber geschaut. Er hat nicht geschaut, ich will groß rauskommen, sondern er hat gesagt, ich liebe die Menschen so sehr, dass ich für sie am Kreuz sterbe. Und Johannes sagt sogar so weit, er sagt, diese Liebe, die soll in uns sein und soll auch uns dazu führen, dass wir für unsere Brüder und Schwestern, dass wir unser Leben hingeben. Also das ist die Grundlage, das ist die Liebe, von der wir reden. Das ist eine andere Dimension, eine andere Tiefe als das, was wir uns vorstellen können. Das ist nicht was, wo wir irgendwann plötzlich haben, sondern da werden wir mehr und mehr drin wachsen. Und Gott will sie uns geben und da werden wir auch noch viel von hören in diesem Thema. Wenn wir mal uns wieder auf unseren Bibeltext schauen, da steht drin, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Weißt du, diese Liebe, wie ich vorher gesagt habe, diese Agape-Liebe, sie ist aus Gott. Der Ursprung der Liebe ist Gott. Es ist etwas übernatürlich, ein Geschenk, das können wir nicht erarbeiten, nichts tun für. Es wird uns gegeben von Gott. Und es steht hier drin, nur wer aus Gott geboren ist, kann so lieben. Ja, ich habe hier übrigens ganz, also bei den meisten Texten, bis auf einen Text, die Elberfelder Übersetzung genommen. Das ist so eine relativ wortgetreue, darum sind es manchmal vielleicht ein paar veraltete Worte. Aber ich fand, für dieses Studium, dachte ich mir, das ist, glaube ich, gut, dass wir die worttreuen Texte nehmen. Und Johannes, das ist das Gute, er schreibt relativ simpel. Das ist jetzt nichts Hochkomplexes, was er schreibt. Er sagt, nur wer aus Gott geboren ist, das heißt, nur jemand, der ein wirklicher Nachfolger Jesus ist, nur jemand, dessen Herz, in dessen Herz der Heilige Geist ausgegossen ist und der neu gemacht worden ist, nur er kann so lieben. Wir haben dieses wunderschöne, dieses Sakrament der Taufe. Ja, in dem Moment, wo ich mein Leben untertauche, in Römer 5 heißt, Römer 5, glaube ich, dass wir unser altes Leben ablegen und von Neuem geboren werden, etwas Neues beginnt. Und nur wer in diesem, dieses Neue, in dem das angefangen hat, für diese Leute, die haben wirkliche Liebe, diese Agape-Liebe Gottes. Und er sagt, und ich möchte auch nochmal ganz kurz feststellen, und das werden wir auch die ganze weitere Input hören, wir merken, es ist alles abhängig von Gott, von seiner Gnade, von seiner Güte. Das haben wir die letzten Wochen so sehr auch gehört und ich möchte es auch nochmal einfach als Grundlage legen. Deswegen, es geht nicht darum, dass wir irgendwas leisten oder tun können, sondern alles führt im Schluss wieder auf Gott zurück, weil er ist der Ursprung dieser Liebe. Er ist der Anfänger und der Veränder und er wirkt in seinem souveränen Handel und er gibt und teilt aus, wie er es will. Und er sagt, Johannes sagt hier, jeder, der liebt, erkennt Gott. Anders formuliert, wir brauchen Erkenntnis von Gott, um lieben zu können. Wir können nicht lieben, ohne Erkenntnis von Gott zu haben. Und heißt es jetzt, je mehr ich weiß, je mehr ich kann, je mehr ich studiere und Bibelferse auswendig kann, desto mehr und je mehr ich, keine Ahnung, in meinem Kopf an Wissen ansammle, desto mehr kann ich lieben. Wir können mal gucken, 1. Korinther 8, Vers 1-3, da steht folgendes. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Okay, heißt, hat doch nichts mit Erkennen zu tun oder wie. Okay, wir haben dieses Wort, das Paulus hier verwendet, an dem er an die Korinther schreibt, das ist, im Griechischen haben wir wieder ein Wort, Erkenntnis, im Griechischen sind es zwei Wörter. Er verwendet hier im ersten Satz, der Erkenntnis bläht auf, ist dieses Wort Gnosis, okay, sag mal Gnosis. Sehr gut, ihr könnt Griechisch. Das heißt, Intelligenz, Kopfwissen, okay. Das ist sowas wie, ja, wir haben unsere binomischen Formeln, wo lernen wir die, die kommen in unseren Kopf. Ja, das ist etwas, irgendwann hat man es gecheckt, irgendwann versteht man es, die binomische Formel. Was ist das, eine binomische, äh, äh, keine Ahnung, A² plus B², das ist, nee, Satz-Fetagos, das ist was anderes. Okay, aber das ist, das ist Gnosis, okay, das ist, ich habe es in meinem Kopf angesammelt, ich weiß etwas. Das Wort, das Johannes verwendet, ist aber nicht Gnosis, sondern ist Ginosko, sag mal Ginosko. Sehr gut. Und Ginosko ist ein ganz besonderes Wort und ich glaube, es lohnt sich da mal reinzugucken. Ginosko heißt, etwas, wenn man so ins Wörterbuch schaut, etwas kennenlernen, etwas lernen, wahrzunehmen und zu fühlen, etwas verstehen, begreifen und es heißt im weiteren Sinne auch, es wird auch verwendet. Wir sehen das im alten und neuen Testament, ein Mann erkennt eine Frau, das heißt, ein Mann hat Geschlechtsverkehr mit einer Frau, dafür wird dieses Wort auch verwendet. Es handelt sich bei Ginos, also nicht um dieses, bei dieser Erkenntnis von der Johannes schreibt, nicht um Kopfwissen. Es handelt sich nicht darum, dass ich ganz viel wissen muss, um, ähm, um lieben zu können. Sondern Ginosko beschreibt so ein ganz tiefes Erfahren von Gott, ein Erkennen, ein Lernen wahrzunehmen. Ja, du fängst an zu begreifen, wie groß Gott ist. Du, 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 dein Herz wird eher griffen von seiner Liebe. Und deshalb wird dieses Wort, weil es so ein tiefes Wort ist, auch eben verwendet für Geschlechtsverkehr. Ähm, hier, da geht es nicht darum, dass ein Mann plötzlich eine neue Erkenntnis über seine Frau hat, ähm, sondern das ist so ein tiefes Erfahren, ein ganz tiefes Wahrnehmen von Gott. Das ist dieses Wort, was das von Johannes schreibt. Ähm, und erster Korinther, wenn wir da nochmal drauf gucken, ich finde es so schön, ähm, er spricht nämlich im ersten Teil, spricht er, die Erkenntnis bläht auf. Das ist Gnosis, in der Art Vers 2 spricht er aber, wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, dann spricht auch Paulus hier von Gnosis, äh, von Ginosko. Okay, da geht es auch um dieses Herzwissen, äh, nicht um das Kopfwissen. Und er sagt, wer meint, wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, so hat er es noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Warum? Weil es nicht etwas ist, wie eine binomische Formel, wo man plötzlich checkt, jetzt weiß man es, jetzt hat man alles ergriffen und, und so eine binomische, da ist ja nichts tiefes dran. Das ist ja nicht so, dass du plötzlich, du, du, du forschst nach und, boah, da ist ja noch, hey, und dann kannst du richtig tief rein. Vielleicht gibt es so Leute, die mit Mathematik aufgehen und keine Ahnung, plötzlich wird Mathematik so, äh, so ein Herzwissen, keine Ahnung. Aber zumindest bei mir ist es so, ich habe es irgendwann gecheckt und dann ist es auch gut, okay, dann bleibt es dabei. Ähm, aber Paulus sagt, wenn du denkst, du hast es erfahren, wenn du denkst, du hast erkannt, dann hast du es eigentlich noch nicht erkannt, weil es geht nicht darum, plötzlich, jetzt weiß ich, um was es geht, sondern es ist ein Prozess, es ist ein fortlaufendes. Ähm, und es ist, es ist wie, wenn Gott, wenn da mehr und mehr und mehr und mehr ist, da ist eine Tiefe drin, die, die Gott uns anbietet, wo er sagt, da ist mehr, eine größere Tiefe und die dürfen wir ergreifen. Ähm, und das, ich finde es so schön, ähm, auch, wenn wir jetzt in Vers 3 gucken, wenn aber jemand Gott liebt, und das ist, es ist echt, berührt mein Herz, der sagt, der ist von ihm erkannt, was heißt es? Das heißt, dass er diese Beziehung, diese Intime, dieses Herzding zuerst zu uns ausführt. Er kennt uns vor, bevor wir ihn gekannt haben. Er hat diese Beziehung zu uns gesucht, bevor wir auch nur auf dieser Welt waren. Er hat von Anfang an, seit dem Moment, wo du geboren bist, hat er gesagt, ich will eine Beziehung leben. Ich will diese Intimität haben. Ich will, dass diese Person mich erkennt. Ich will, dass sie im Herzen begreift, wie groß ich bin, wie herrlich ich bin. Und wenn wir jetzt zurückkommen zu unserem Text, dann sagen wir, ja, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Dann geht es hier Johannes nicht um ein Kopfwissen. Es geht ihm nicht darum, zu wissen, du liebst, weil du was Verstanden im Kopf hast, sondern er sagt, in unserem Herzen müssen wir mehr und mehr begreifen, wie groß, wie herrlich Gott ist. Wir dürfen diese Intimität haben mit ihm und wir dürfen mehr und mehr verstehen seine Liebe. Es ist nichts mit dem Kopf, was mit dem Kopf verstanden werden kann, sondern es ist im Herzen. Und da hat die Lisa auch drüber letzte Woche gesprochen, von dieser tiefen, innigen Liebesgemeinschaft, die Jesus sucht mit uns und auf die wir antworten dürfen. Und wenn wir uns weiter anschauen, den Vers 8, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Ich möchte, vielleicht warst du eine der letzten Wochen da und du hast schon über diese Liebe jetzt so viel gehört und jetzt rede ich auch nochmal drüber. Wir wollen mal so einen kurzen Selbstcheck machen. Wo stehst du gerade mit Liebe? Wie steht es bei dir um Liebe? Wenn du daran denkst, ich soll lieben, andere Leute lieben, ist es für dich Druck? Ist es für dich Stress? Ist es etwas, oh, jetzt muss ich schon wieder lieben? Oder ist es was Natürliches? Check mal, wenn du mit deinem Nachbarn sprichst, kannst du ihn lieben? Hast du Probleme damit, mit deiner Familie, mit Leuten? Wo stehst du? Ich glaube, wenn wir Gott wirklich suchen, wenn wir diese Liebesbeziehung suchen mit ihm, dann werden wir automatisch anfangen zu lieben. Warum? Weil Gott ist Liebe. Ja, Gott ist auch mächtig und er ist auch weise und er ist auch treu und er ist auch zornig. Aber Gott ist nicht Macht, Gott ist auch nicht Weisheit, Gott ist nicht treu und Gott ist auch nicht Zorn. Das sind alles Eigenschaften von ihm. Aber das ist das einzige Wort, wo er sagt, Gott ist Liebe. Liebe ist das einzige Wort, das sagt, das ist nicht nur eine Eigenschaft von ihm, sondern Gott ist Liebe. Das Wesen von Gott ist Liebe und deshalb sprechen wir auch so viel darüber. Hey, weil wenn wir nicht über Liebe sprechen, dann sprechen wir nicht über Gott. Das Liebe ist das Elementare. Gott ist Liebe. Ja, es gibt diesen Spruch, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Und ich glaube, genau so ist es mit Gott. Ja, da gibt es auch, ja, dass die Besitzer von Hunden schauen manchmal so ein bisschen aus wie die Hunde. Aber es geht auch in die Richtung. Aber ich glaube, es ist tatsächlich so, wenn wir Zeit mit Gott verbringen, dann werden wir mehr und mehr ausstehen. Wusstet ihr, dass wir Freunde sein können von Gott? Und es ist nicht was, wo bumm, jetzt ist er am Kreuz gestorben, ich nehme es an, jetzt bin ich ein Freund. Ja, wir sind die, der Frieden ist hergestellt, wir können wieder zu Gott kommen. Aber ein Freund zu sein von Jesus, das kostet was. Zeit. Genauso wie wenn wir Zeit mit Freunden verbringen oder Freundschaft entwickeln wollen, dann kostet es Zeit. Und ich glaube, wenn wir Zeit mit unserem Freund verbringen, wenn wir Zeit mit Jesus verbringen, dann werden wir automatisch anfangen zu lieben. Wenn wir Gott erkennen, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, dann werden wir lieben. Wir können es anders sein. Das ist so, vielleicht so eine, ja, die christliche binomische Formel. Ja, das kann man sogar im Kopf verstehen. Wenn ich Zeit mit Gott verbringe, mit der Liebe verbringe, dann fange ich an, andere zu lieben. Vers 9. Hierin ist die Liebe Gottes offenbart worden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Ich möchte anfangen mit dem ersten Teil. Hierin ist die Liebe Gottes offenbart worden. Weißt du, das ist nicht etwas, was wir Menschen irgendwie uns jetzt erarbeitet haben, wo wir wissenschaftlich was rausgefunden haben über Gott. Es ist Gottes, in seiner Autorität und vor allem in seiner Gnade entscheidet Gott, ich lasse, ich offenbare euch meine Liebe. Wenn Jesus nicht so voller Liebe wäre, wenn Jesus nicht so voller Hingabe für uns wäre, dann könnten wir nichts erkennen und wenn Gott nicht uns seine Liebe offenbaren würde, dann hätten wir nichts. Dann wären wir allein verlassen, ohne Moral, ohne alles. Aber Gott in seiner Liebe und in seiner Güte. Er sagt, ich will mich meinem Volk offenbaren. Ich will mich den Menschen zeigen und ich will ihnen meine Liebe zeigen. Wie gut ist Gott. Das ist nichts, was wir tun können. Nichts, was wir leisten können. Wir können Gott nicht erpressen, sagen, wenn ich jetzt zehn Stunden bete am Tag, dann erfahre ich dich. Nein, sondern Gott in seiner Güte und Liebe offenbart uns seine Liebe. Und worin ist sie offenbart, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Amen. Und ich glaube, das ist so eigentlich das Highlight der Predigt. Wir können noch so viel über Worte sprechen und wie auch immer. Wenn du eine Sache mitnimmst heute, lass es diese Sache sein, dass Jesus für dich gestorben ist am Kreuz. Vers 10. Hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben und späteren Versen sogar, dass nicht, dass Gott uns zuerst geliebt hat, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Wusstest du das? Dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist? Weißt du, Gott ist Liebe, das haben wir gehört. Und in seiner Liebe hat er ein Wesen geschaffen, den Menschen, um Beziehung zu leben, um diese Liebe zu leben, um diese Person zu lieben. Aber Liebe ist nicht Liebe, wenn da kein freier Wille ist. Liebe ist nicht Liebe, wenn es gezwungen ist. Und deshalb gibt Gott uns einen freien Willen und er sagt, wenn du willst, dann darfst du mich zurücklieben. Aber ich zwinge dich nicht. Und wir Menschen, wir haben uns entschieden gegen Gott. Indem wir gegen ihn arbeiten, indem wir uns wegdrehen von ihm, indem wir unser eigenes Ding machen, indem wir auf uns selber schauen, werden wir getrennt, sind wir getrennt von Gott. Warum? Weil Gott ist heilig, Gott ist perfekt und Gott ist die Liebe in Person und wir sind es nicht. Es ist so simpel und es ist so hart, weil in diesem Moment, wo wir uns entscheiden gegen Gott, wo wir Fehler machen, wo wir sündigen, ist wie eine unüberwindbare Mauer zwischen uns und Gott. Und nichts, was wir tun können, kann diese Mauer überwinden. Und Gott liebt uns aber trotzdem. Er ist trotzdem voller Liebe da und er will Gemeinschaft, Beziehung mit uns leben. Und deshalb gibt Gott seinen einzigen Sohn. Er ist Gott, Jesus selbst. Er ist Gott, er kommt auf diese Welt, er lässt alles hinter sich. Er lebt ein perfektes Leben und er gibt sein Leben hin für uns. Er stirbt grausam am Kreuz, er wird ausgepeitscht und am Kreuz hängt, am Kreuz und atmet seinen letzten Atemzug und sagt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. In dem Moment ist all unsere Fehler und all unsere Sünden und alles, was uns trennt von Gott, ist auf ihm. In dem Moment ist alles, was uns trennt von der Liebe in Person, auf Jesus. Und Jesus steht auf nach drei Tagen. Er besiegt den Tod und er ist im Himmel und er ist hoch erhöht und er gibt uns seinen Heiligen Geist. Und er gab seinen Heiligen Geist, er hat ihn ausgegossen, damit wir Jesus jeden Tag, jede Sekunde unseres Lebens in unserem Herzen tragen können. Hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Wir könnten hier nicht über das Thema Liebe reden, wenn nicht Jesus gestorben wäre. Wir könnten nicht, wie verloren sind wir ohne Jesus? Wie verloren sind die Menschen, die Jesus nicht kennen? Jesus hat für uns den Weg frei gemacht. In seine Gegenwart, in seine Liebe, in seine Nähe. Und weil er am Kreuz so krass von Gott getrennt war, wie es krasser nicht geht, deshalb können wir so eine intime Gemeinschaft leben, wie es intimer nicht geht. Und was jetzt spannend ist, wenn wir zurückkommen auf unseren Text, vielleicht noch ganz kurz, diese Liebesbeziehung, die bietet Gott dir heute an. Okay, das ist nicht was, wo du erst irgendwelche Schritte gehen musst oder keine Ahnung, sondern heute bietet Jesus dir an, hey, du darfst in diese Liebesbeziehung reinkommen. Du darfst glauben, was sich getan hat am Kreuz, du darfst es annehmen für dich. Und wenn du das annimmst, wozu führt diese tiefe Gemeinschaft? Sie führt zur Erkenntnis. Ja, das haben wir vorher gehört. Wenn wir Zeit verbringen mit Gott, dann führt uns das zu dieser tiefen Herzenserkenntnis. Und diese Herzenserkenntnis, wohin führt die, wenn wir Gott erkennen, was tun wir? Lieben. Und wohin führt Liebe wieder? Zur tieferen Gemeinschaft. Das ist wie so ein Kreislauf, der da ist und der Zugang dazu ist Jesus. Weißt du, dieser Kreislauf, der ist da, ob wir wollen oder nicht. Und der Zugang dazu ist einzig und allein unser Herr Jesus. Und wenn du Jesus nicht annimmst in deinem Leben, wenn du ihn nicht annimmst, wenn du nicht daran glaubst, dann wirst du das nicht erleben können. Aber er sehnt sich danach. Und ich glaube, wenn wir, und ich weiß es, wenn wir Jesus aufnehmen, haben wir Zugang zu dieser tiefen Gemeinschaft. Dann wird diese Erkenntnis kommen, dann wird diese Liebe kommen. Aber wir können nicht in die Gemeinschaft ohne Jesus. Amen. Auch spannend hier zu sehen. Tiefe Gemeinschaft allein durch Jesus. Erkenntnis allein, weil Gott uns zuerst erkannt hat. Wir haben vorher gelesen, er ist der Korinther. Und lieben, warum? Weil er uns zuerst geliebt hat. All diese Punkte. Reine Gnade. Es ist reine Gnade. Halleluja. So, das war jetzt die Einleitung. Jetzt gehen wir mal noch. Vers 11. Geliebte. Geliebte. Wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Und ich habe mich gefragt, wie schaut diese Liebe aus, von der Johannes spricht? Wie schaut es aus, einander zu lieben? Wer es nicht weiß, Johannes, das war einer von den zwölf Jüngern von Jesus. Er hat praktisch, er ist mit Jesus mitgegangen, er war ein von seinen engen Freunden. Er schreibt von sich selber, Johannes, oder er schreibt von sich, er ist der Jünger, den Jesus lieb hatte. Er hat diese Liebe erfahren. Und er war auch dabei, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Und er war auch dabei, als der Heilige Geist auf die Menschen gefallen ist. Und er war dabei in Apostelgeschichte 2, 41 bis 47. Und das beschreibt die Gemeinde, die Kirche, die erste Kirche. Und ich finde den Text so schön. Und ich möchte, dass wir diesen Text einfach mal zusammen lesen. Oder ich lese ihn und dass du den wirken lässt, okay? Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Was das Leben der Christen prägte, war die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Das Mahl des Herrn, also das Abendmahl und das Gebet. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht von Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzigkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Bewegt uns der Text? Oder sagen wir, ja, ist ja vor 2000 Jahren, das ist ja alter Hut. Was macht so ein Text mit uns? Ist es nicht die Bibel, an die wir glauben, wo wir sagen, das ist Wort für Wort, das Wort aus Gott und das ist sein Ziel und sein Vorhaben und sein Plan? Haben wir nicht denselben Heiligen Geist empfangen, den die Jünger empfangen haben? Haben wir irgendeinen Heiligen Geist Light Edition, die abgespeckte Version, oder haben wir den vollen Heiligen Geist? Frage an euch, haben wir den vollen Heiligen Geist? Ja, wir haben denselben Heiligen Geist, der wohnt in uns. Der gleiche Heilige Geist. Und wir haben gehört, das war nicht, weil die Leute so gut waren. Das war nicht, weil die Apostel so tolle Menschen waren. Sondern diese Liebe, wo wurde die rausgeboren? Aus Gott. Aus dem Heiligen Geist. Was ist die Frucht des Geistes? Liebe. Und ich glaube, und ich will glauben, und ich lasse mir auch da nichts anderes einreden, ich glaube, dass das möglich ist heute. Klar schaut es anders aus, klar ist es von Kultur zu Kultur anders, aber der Kern, der Herzenswert dahinter, die Herzenseinstellungen von jedem Einzelnen, ich glaube, dass das heute möglich ist. Weißt du, dass hier in der Gemeinde Leute sind, die ihr Auto verkauft haben für Gott? Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Es ist möglich heute. Wir haben solche Helden hier. Johannes 13, Johannes 13, Vers 34 bis 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Es steht nicht drin, daran werdet ihr erkennen, dass sie meine Jünger sind, daran, dass ihr den Nächsten liebt. Es steht auch nicht drin, daran werdet ihr erkennen, dass ihr Gott liebt, auch wenn das natürlich auch alles zusammenspielt. Es steht auch nicht drin, an eurem tollen Lobpreis werden sie das erkennen und dass man im Lobpreis so einen Gänsehautmoment gespürt hat, sondern es steht drin, daran werden sie es erkennen, an der Liebe untereinander. Die Leute, die werden, das ist das Bild von Gott, ich will eine Gemeinde, ein Leib haben, der sich so liebt, dass sie sich ihr Leben füreinander geben. Und was passieren wird, ist, dass die Welt auf die Gemeinde schaut und sagen wird, die haben Gott, da ist Gott. Und ich glaube, es ist möglich, dass wir da hinkommen. Und ich habe mich gefragt, was ist das, was dazwischen steht, warum erleben wir das nicht? Und ich glaube, ein Punkt, es gibt, glaube ich, ein paar Punkte, aber ich möchte mit einem kurz noch darauf eingehen. 1. Timotheus, nein, 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 5. Paulus schreibt es an Timotheus, seinen Schüler, und Timotheus war praktisch der Pastor von der Gemeinde in Ephesus. Und er schreibt, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, wir sind in diesen letzten Tagen. Diese letzten Tage, das ist einfach der Zeitraum, Jesus ist auf diese Erde gekommen, in den Himmel gegangen, das erste Kommen von Jesus, das haben wir vorher gehört, was er getan hat, am Kreuz für uns. Aber Jesus kommt wieder. Und das ist, das ist der letzte, also das ist D-Day, okay? Das ist, dann ist vorbei, dann ist es vorbei mit, ich lebe noch mein Leben und ich kann mich noch entscheiden für Gott. Wenn Jesus wiederkommt, dann ist es vorbei, dann ist Gericht. Und wenn du nicht okay bist vor Gott, wenn du Jesus nicht als deinen Herrn hast, dann hast du ein Problem. Und es ist nicht zu spaßen mit, sondern es ist wirklich, wir sind in diesen letzten Tagen, Jesus kann jeden Moment wiederkommen. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber Jesus kommt wieder. Und Paulus schreibt, das ist in den letzten Tagen, was passiert da? Wir werden schwere Zeiten antreten. Hat das schon mal jemand von euch, fühlt das jemand gerade, irgendwie schwere Zeiten? Ja? Wende dich weg. Vielleicht denkst du jetzt, ja, das ist ja toll, das ist ja nichts Neues, dass die Welt voller Sünde ist und selbstsüchtig und so weiter. Interessant ist ja eigentlich, spannend ist ja, dass Paulus es auch wusste. Er wusste auch, es ist doch nichts Besonderes, dass die Welt sündigt. Warum schreibt er das dem Timotheus? Scheinbar hat Paulus in der Gemeinde etwas gesehen, was schon Wurzeln hatte, was schon angefangen hat zu wachsen, wo er sagt, hey, das sind Leute, pass auf, dass diese Wurzeln nicht sprießen, dass diese Frucht nicht in der Gemeinde ist. Deshalb sagt er, von diesen Leuten wende dich weg. Das hätte er nie gesagt, wenn er sagt, hey, wende dich weg von der Welt. Das sagt er nicht. Weil wir sollen die Welt erreichen, sondern er sagt, hey, von diesen wende dich weg. Warum? Weil diese Leute auch in der Gemeinde sind. Und ich möchte ganz besonders auf einen Punkt eingehen. Der erste Punkt, den er aufzählt, selbstsüchtig. Und das Spannende ist, selbstsüchtig, wenn wir das Wort für Wort, also wörtlich übersetzen, dann heißt es selbstliebend. Selbstliebend. Und noch krasser wird es, wenn wir schauen, was als letzte Form ist, das Vergnügen mehr liebend als Gott. Wort, wortwörtlich übersetzt, ihr könnt euch denken, das mehr, das Vergnügen liebend als Gott liebend. Ist das nicht krass? In der Gemeinde, dass da scheinbar laut Paulus, sagt nicht ich, sagt Paulus. In der Gemeinde sind Leute, die sich selbst lieben als allererstes und als allerletztes Gott lieben. Und dann sehen wir weiter, die eine Form der Gottesfurcht haben, deren Kraft aber verleugnen. Sie glauben zwar an Gott, aber es ist halt an letzter Stelle. Und ich glaube, das, was im Weg steht, oft, nicht immer, es gibt auch andere Sachen, aber das ist einfach, was mir auf dem Herzen, weil ich es einfach so, ich fand es so spannend. Das, was oft dieser Liebe, dieser Nächsten, dieses Bruderliebe, dieser Geschwisterliebe im Weg steht, das bin ich. Das bin ich. Ich stehe dem im Weg. Gott will durch mich lieben. Gott will, dass ich meine Mitmenschen liebe, aber ich bin im Weg. Ich setze mich an erster Stelle und wie oft, ganz persönlich, ich bekenne so, hey, wie oft bin ich im Zentrum. Ich komme nicht in den Gottesdienst, um zu lieben, um Gott zu lieben. Ich komme für mich, weil ich mich liebe, weil ich entwickelt werde, weil ich mich weiterbilden will, wie auch immer. Das ist das, ich glaube, ein elementares Ding, was dieser Liebe im Weg steht. Natürlich, weil entweder ich bin Gott und meinem Nächsten zugewendet oder ich schaue auf mich. Es geht nicht beides. Du kannst nicht schielen dahin und dann dahin. Ja, es heißt auch, lieb deinen Nächsten wie dich selbst, aber das ist ein Gleichgewicht. Ja, das hat nichts mit Narzissmus zu tun. Ich glaube, wovon Paulus hier spricht, ist Narzissmus. Und ich glaube, es war noch nie eine Zeit, wo Leute so narzisstisch sind wie ich. Es geht um mich. Ich muss gut bei rauskommen. Ich muss profitieren von. Wenn mir das nicht passt, dann komme ich nicht mehr. Und ich glaube, dass es eine echte Warnung ist von Paulus für uns heute. Kann es sein, dass wir mehr auf uns gucken? Dass wir auf uns selber mehr lieben als Gott? Dass wir uns selber mehr lieben als unsere Brüder und Schwester? Vers 12. Ne, müsste Vers 12 sein, dann habe ich falsch. Aber niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist in uns vollendet. Ich glaube, dass wenn wir entscheiden, unser Ego aufzugeben, wenn wir sagen, es geht nicht mehr um ich, um mich. Wenn wir da hinkommen, wenn wir sagen, Jesus, ich will dich suchen, wenn wir entscheiden, sagen, ich lasse mich los. Es geht nicht um mich. Ich muss nicht groß bei rauskommen. Es ist okay, wenn ich bis zum Ende meines Lebens ein Niemand bin vor den Menschen. Und wenn wir stattdessen Gott suchen, Beziehung mit Jesus leben, dann bleibt Gott in uns. Es ist nicht krass. Der Schöpfer des Himmels und der Erde, er bleibt in uns. Und seine Liebe ist in uns vollendet. Kann man auch übersetzen, dass seine Liebe kommt in uns zum Ziel. Was war das Ziel Gottes? Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit all jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Jesus ist nicht gekommen, um sich ein paar Menschen rauszupicken. Er ist gekommen, er ist am Kreuz brutal gestorben, damit jeder Einzelne sieht und erkennt, dass Gott lebt, dass Gott Herr ist. Dass jeder Einzelne in diese Liebesbeziehung zu Gott kommt. Und wollen wir das nicht, dass durch diese Gemeinde, durch den Leib Christi allgemein, das Reich Gottes gebaut wird? Ist das nicht, warum wir hier sind? Wenn wir wollen, dass das in uns zum Ziel kommt, müssen wir einander lieben. Nicht, weil ich muss, nicht, weil Druck. Wenn wir so denken, dann müssen wir uns noch mehr von der Liebe füllen lassen. Sondern Jesus liebt uns, damit wir weiter lieben. Wenn wir einander lieben, dann kommt seine Liebe in uns zum Ziel. Und ich glaube, das ist eine Einladung heute für uns. Ich weiß nicht, wo du stehst in deinem Leben. Ich weiß nicht, warum du hier bist. Ich kenne dich vielleicht gar nicht. Aber Gott kennt dich. Er weiß, wie es dir geht. Und er hat an dich gedacht, als er am Kreuz gestorben ist. Und wenn du heute hier bist, vielleicht Jürgen kannst du schon mal vorkommen. Wenn du heute hier bist und du, wir hatten vorher dieses Bild von diesem Kreislauf. Und du weißt zwar, dass dein Gott ist, der liebt und der uns sich selber offenbaren will und der tiefe Intimität mit dir leben will. Du hast davon gehört. Oder vielleicht hast du sogar zum ersten Mal von Jesus heute gehört, was er getan hat am Kreuz für dich. Dann ist heute die Einladung für dich, dass du dein Leben ihm gibst. Und es geht nicht da, ohne, dass du dein Ego aufgibst. Okay, wir sind hier nicht ein, weiß ich nicht, Kindergeburtstag oder so, wo du halt mit dabei bist. Dann bist du halt mal nicht. Und dann hin und her und so. Das ist nicht das, was Gott hat für dich. Sein Leben Jesus zu geben, heißt es, es ist im wahrsten Sinne des Wortes. Da ist eine Ernsthaftigkeit. Hey, du gibst dein Leben, du machst ihn zu deinem Herrn. Das ist nicht was, was man einfach mal so macht. Das ist eine Entscheidung, die dich prägen muss, wo ein Vorher und ein Nachher sein muss. Und wenn du diesen Punkt noch nicht erreicht hast, dann lade ich dich ein, dass wir werden, gleich, wenn ich alles, die Punkte gesagt habe, wird hier vorne ein Gebetsteam sein. Komm nach vorne und mach das Fest heute. Hey, Jesus kommt wieder. Und er kommt bald wieder. Und ich glaube, dass es eine Ernsthaftigkeit heute da ist, wenn du noch festhältst an dir. Wenn du noch nicht Jesus hast. Hey, es ist nicht so, dass wenn du dein Leben Jesus gibst, dann ist dein Leben vorbei und kein Spaß und keine Freude. Hey, mit Jesus zu leben, ist das größte Abenteuer, das es gibt. Diese Fülle, diese Liebe, die kann dir niemand anders geben. Und ich lade dich ein und ich ermutige dich heute. Und ich fordere dich heraus, hey, mach das heute fest. Oder du bist hier und du merkst, dass Lieben für dich so ein Problemkind ist. Du weißt zwar, dass Gottliebe ist, aber ja, wie soll man das jetzt? Das ist ja heute in der Kultur ein bisschen schwierig und es ist Druck für dich und jetzt muss ich schon wieder lieben. Wenn das ein Problem für dich ist, dann ist es, und das sage nicht ich, das sagt die Bibel, dann ist es ein Zeichen dafür und dann musst du dich selber checken und immer wieder, dann ist es ein Zeichen dafür, dass du noch nicht wirklich erkannt hast, wer Gott ist. Aber es scheitert nicht daran, dass Gott nicht will, dass du nicht erkennst, wer er ist. sondern er zieht dich, er ruft dich heute, er ruft dich heute raus, sagt, lern mich besser kennen und wenn du das bist, dann lade ich dich ein, wir werden gleich wieder ein Lied singen, dieses mein Ein und Alles. Nimm diese Zeit, schau nicht, was der rechts von dir macht, was der links von dir macht, schau nur auf Jesus, schau auf ihn, hab ihn lieb, sag Termine ab diese Woche, steh früher auf, such Jesus. Wir müssen diese Liebe kennenlernen. Wir müssen es kennenlernen und da ist mehr für jeden. Wenn du denkst, du hast die Liebe gecheckt, dann hast du sie offensichtlich nicht gecheckt, sagt Paulus. Da ist mehr und ich lade euch ein, dass wir uns heute einfach noch eine Weile ausstrecken nach Gott und vielleicht bist du hier und du merkst und er tappst dich, dass du schon so ein kleiner Narzisst bist, dass es um dich geht, dass du bei rauskommen musst, dass du profitieren musst und wenn es dir nicht passt, dann machst du es nicht und ich lade dich ein und ich fordere dich raus heute, lass dein Ego los. Komm nach vorne, bekenn es vor den Leuten, die hier sind, lass für dich beten, mach es fest, sag Jesus, es geht nicht mehr länger um mich. Weil ich sage dir, es sind krasse Worte, die Jesus sagt, in den letzten Tagen, beim letzten Gericht werden viele Leute zu Jesus kommen und sagen, Jesus, haben wir nicht all diese Sachen gemacht für dich und Jesus sagt, ich kenne dich nicht. Warum? Weil da die Liebe gefehlt hat. Warum? Weil da das Ich im Weg war. Warum? Weil es doch nicht um Jesus geht, weil Jesus doch nicht der Herr war und wenn ich der Herr in meinem Leben bin, dann kann Jesus nicht der Herr im Leben sein und es ist so krass, es kann nur einer regieren, entweder ich, meine Wünsche oder Jesus und ich möchte dich einladen, wenn du merkst, mein Leben dreht sich mehr um mich, als es sich um Gott dreht und mein Leben dreht sich mehr um mich, als um meine Mitbrüder und Schwestern und mein Leben dreht sich mehr um mich, als um meinen Nächsten. Dann lade ich dich ein, dass du heute dein Licht aufgibst, dass du heute sagst, Jesus, ich gebe dir mein Herz, ich gebe dir mein Leben. Okay? Ich möchte gar nicht jetzt irgendwas vorbeten und sowas, ich glaube, das ist gut, wenn du das einfach selber vor Gott machst. Ich glaube, es ist gut, wenn du nicht weißt, was du beten sollst, dann komm nach vorne und lass für dich beten und vielleicht können das Gebetsteam dann dir auch was vorbeten, was du dann nachbetest, weil ich glaube, jeder ist an so einem anderen Punkt, das ist jetzt schwierig, in einem Gebet abzudanken, aber lass uns mal einfach alle zusammen aufstehen und ich möchte einfach allgemein noch beten. Lass uns nochmal in diese Haltung kommen mit unseren Händen, dass wir unsere Hände ausstrecken. Lass uns mal unsere Hände so vor uns herhalten. Jesus, du bist am Kreuz für uns gestorben. Du hast alles gegeben. Du hast einen grausamsten Tod bist du gestorben für uns. Warum? Damit wir deine Liebe spüren können. Damit wir deine Liebe erleben können. Damit wir dich erleben können, Herr. Und Jesus, du siehst, wo jeder Einzelne ist. Du siehst, wo wir stehen. Du siehst, was wir brauchen, was uns bewegt, was uns beschäftigt. Du kennst uns. Und Jesus, ich möchte jeden Einzelnen geben und hinhalten, in dessen Herz du noch nicht Herr bist. Ich bete, Heiliger Geist, das ist nicht ein Werk, was wir tun können, sondern das bist du, Heiliger Geist, der das wirkt, dass wir unsere Leben dir geben. Und ich bete gerade jetzt, Heiliger Geist, dass du wehst, dass du wirkst und dass du, Heiliger Geist, dein Werk tust, in jedem einzelnen Herzen. Herr, zieh die Herzen zu dir hin. Nicht mal das können wir alleine. Herr, nicht mal unsere Herzen können wir dir geben, ohne dich, Heiliger Geist. Aber ich bete, dass du jetzt hier wehst und dass du unsere Herzen ziehst zu dir. Dass du unsere Herzen ziehst zu dir. Herr, zeig uns, wo Sachen sind, die uns trennen von dir. Zeig uns, wo wir uns mehr lieben als dich. Zeig uns, wo Liebe ein Problem für uns ist und führe uns an dein Herz, damit wir echte Liebe erleben. Und ich möchte dich herausfordern, die Zeit, lasst uns diese Zeit nicht vergeuden jetzt. Lasst uns Jesus suchen. Schau nicht auf rechts und links. Das Gebetsteam kann sich einfach hier vorne verteilen. Kommt auf dich zu. Macht es fest heute. Macht es nicht alleine. Das ist ja das Schöne. Wir haben doch einander. Wir haben doch einander. Wir können doch einander lieben. Wir können doch füreinander da sein. Wir müssen doch unsere Lasten nicht alleine tragen. Wir müssen doch nicht unser Leben alleine leben. Gott hat uns doch nicht als Alleinkämpfer geschaffen. Er hat uns doch zu einem Volk berufen. Zu einem Leib berufen. Er will, dass wir leben in dieser Einheit, dieses Nächstenliebe. Hey, lass uns das jetzt leben. Lass dir dienen. Das ist eine Form von Demut. Dass du sagst, nicht ich regiere, sondern ich bin demütig, dass du für dich beten lässt. Vielleicht haben wir noch mehr aus dem Gebet. Matthias, vielleicht kannst du auch vorhin, Christian, Anne. Lass uns einfach nach vorne kommen. Und wenn du heute eine Entscheidung treffen willst, lass für dich beten. Oder geh auf deinem Platz auf die Knie. Such Jesus. Lass diese Zeit nicht an dir vorbeigehen, ohne dass du diese Liebe Jesus geschmeckt hast. Er ist hier und er will sich dir zeigen. Und wenn die anderen nach vorne gehen, wenn du an deinem Platz bist, darfst du auch einfach dich ausstrecken. Nach Gott, nach mehr von ihm, da ist mehr heute Morgen. das Meer, wenn du merkst, du musst neu gefüllt werden. Streck dich aus, schließ deine Augen, schau nicht, was der Nachbar neben dir macht. Wenn du bis jetzt abgelenkt warst, leg jetzt ab, was dich ablenkt. Schau auf Jesus. Jesus, wir brauchen mehr von dir. Und mit ganz einfachen Worten drückst ihm aus, sag ihm, ich brauche mehr von dir. Ich brauche mehr von dir. Und während wir singen, dürft ihr gerne noch nach vorne kommen und dieses Angebot annehmen. Lass kurz für dich beten. Ich brauche mehr von dir. Ich habe Sehnsucht nach dir, mein ganzes Herz ruft nach dir. Für alle Zeit bist du allein, mein Allerz. Du hast Verlangen nach mir, dein Herz verzehrt sich nach mir. Für alle Zeit bin ich am Teil, mein Allerz. Mein Herz brennt für dich, ja ich liebe dich, Jesus mein Nein und Amen. Mein Herz singt zu dir, alles ruft in mir, Jesus mein Nein und Amen. Ich habe Sehnsucht nach dir, mein ganzes Herz ruft nach dir. Für alle Zeit bist du allein, mein Allerz. Du hast Verlangen nach dir, dein Herz verzehrt sich nach mir. Für alle Zeit bin ich ganz dein, mein Allerz. Mein Herz brennt für dich, ja ich liebe dich, Jesus mein Nein und Amen. Mein Herz singt zu dir, mein Herz singt zu dir, alles ruft in mir, Jesus mein Nein und Amen. Mein Herz singt zu dir, mein Herz singt zu dir, Jesus mein Nein und Amen. Mein Herz singt zu dir, mein Herz singt zu dir, Jesus mein Deus. Niemand neben dir, ich will nur noch dich, du bist mein Geliebter und ich geb alles hin, will nur bei dir sein, ich bin ein Verliebter. Niemand neben dir, ich will nur noch dich, du bist mein Geliebter und ich geb alles hin, will nur bei dir sein, ich bin ein Verliebter. Niemand neben dir, ich will nur noch dich, du bist mein Geliebter und ich geb alles hin, will nur bei dir sein, ich bin ein Verliebter. Niemand neben dir, ich will nur noch dich, du bist mein Geliebter. Niemand neben dir, ich geb alles hin, will nur bei dir sein, ich bin ein Verliebter. Niemand neben dir, ich bin ein Verliebter. Niemand neben dir, ich bin ein Verliebter. Niemand neben dir, ich bin ein Verliebter. Mein Herz brennt für dich. Ja, ich liebe dich. Jesus, mein Ein und Alles. Mein Herz singt zu dir und alles ruft in mir. Jesus, mein Ein und Alles. Jesus, ich verlang nach dir. Jesus, oh, ja, 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 schon, ja. Jesus, oh, ja, 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 ja. Jesus, du bist alles. Jesus, du bist alles. Jesus, sag's ihm. Noch einen Moment länger, drück dein Verlangen aus. In Worten, mit deinem Herz sing ihm zu. Jesus, Jesus, mein Ein und Alles. Oh, ich liebe dich. Oh, ich will nur durch dein Herz. Oh, ich will nur durch dein Herz. Jesus, ich will nur durch dein Herz. Jesus, Jesus. Jesus, ich will nur durch dein Herz. Jesus, Jesus. Ich kann nicht ohne dich. Ich kann nicht ohne dich. Und ich will nicht ohne dich. Jesus, Jesus, Jesus. Mein Herz. Mein Herz brennt für dich. Ja, ich liebe dich. Jesus, mein Ein und Alles. Mein Herz. Mein Herz singt zu dir. Und alles ruft in mir. Jesus, mein Ein und Alles. Herr, 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 Herr. Jesus, ich brauche nicht mehr. Mein Ein und Alles. Mein Ein und Alles. Mein Ein und Alles. Jesus, ich lieb, weine und weine. Ich möchte noch ein Bild weitergeben, das ich gestern Abend hatte. Beziehungsweise gestern Vormittag, als wir geprobt hatten und wir gesungen hatten, mein Herz brennt für dich, habe ich ganz stark empfunden und gehört, wie Jesus sagt, mein Herz brennt für dich. Mein Herz verzehrt sich so nach dir. Mein Herz brennt für dich. Und ich habe gesehen, wie Jesus hier schon im Gottesdienst war und wie er vor jedem Einzelnen, er ist durch die Reihen gegangen und vor jedem Einzelnen hat er angehalten. Und ich konnte sein brennendes Herz sehen. Und er hat jeden Einzelnen, der das wollte, hat Jesus umarmt und als sein Herz, sein brennendes Herz, auf die Brust des Herzens der Person gegenüber von ihm stand, hat dieses Herz neu Feuer gefangen und hat zum Brennen angefangen. Und ich habe einfach den Eindruck gehabt, dass ich das weitergeben soll, dass es mehr als unser Verlangen ist, das Verlangen von Jesus ist. Dass unser Herz mit seinem brennenden Herzen, mit dieser verzehrenden Liebe für uns in Berührung kommt. Und es braucht keine Anstrengung, sondern einfach nur dieses, ja Jesus, hier bin ich. Hier bin ich und ich lasse mich von dir umarmen. Ich verliere mich in dir. Da muss ich nichts tun dafür, sondern einfach nur zu sagen, ja Jesus, ja Jesus, ich will, dass dein brennendes Herz und mein Herz sich berühren und dass dein Feuer, dieses Feuer ist es in meinem Herzen brennt. yes, früher ist es in meinem Herzen brennendes Er integral für uns. Untertitelung des ZDF, 2020 Danke, Jesus, dass du uns so liebst und dir das so wichtig ist, dass du uns den ganzen letzten Monat schon so damit reinziehst, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du uns lehrst, Jesus so zu lieben, wie er geliebt werden möchte und dass du uns da reinführst, Heiliger Geist. Danke, Jesus. Wir sind so dankbar. Danke, dass es auch nicht gebunden ist an den Moment hier im Gottesdienst, sondern dass wir zu Hause dich erleben dürfen, dass wir dich erleben dürfen, jeden Tag, jede Stunde, die ganze Zeit durchgehend. Danke, Jesus. Jesus, wir lieben dich. Amen. 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 Ihr dürft euch noch kurz setzen. Ich will noch ganz kurz euch mit reinnehmen, was in der nächsten Zeit so alles ansteht. Und wir haben am 21.07. haben wir eine Taufe. Und es ist so, also ich liebe Taufen erstmal. Und ich habe gestern auch mit einer Freundin darüber gesprochen, wie krass es ist, Taufe ist Teil von unserem Erlösungsprozess, vom Rettungsprozess. Das ist eigentlich, wenn wir uns für Jesus entscheiden, keine Option, sondern Jesus sagt, gib dein Leben, Jesus, und dann lass dich taufen. Es gehört dazu. Und ich will ganz kurz was erzählen, was mir noch nicht so lange her passiert ist. Ich war in Frankreich mit dem Beracher-Ministry und da war eine Taufe. Und da saß, da waren zwei, die haben sich taufen lassen. Und da saß ein Teenie-Mädchen, vielleicht 14 oder so, in der ersten Reihe. Und die, die sich haben taufen lassen, haben ihr Zeugnis erzählt, warum sie sich taufen lassen. Und dieses Mädchen hat geweint und geweint und geweint und geweint und geweint. Und ich habe das so beobachtet, ich saß so eine Reihe hinter ihr und dachte, krass, ich wusste auch nicht genau, warum sie weint. Und dann kam es zur Taufe und sie haben getauft und dieses Mädchen stand da neben diesem Taufbecken. Und sie hat nicht nur ein bisschen geweint, sie hat richtig bitterlich geschluchzt. Und dann war die Taufe vorbei und die Leute sind schon zum Kuchenessen gegangen. Und dann haben wir mit diesem Mädchen angefangen zu reden. Und dann hat sie gesagt, sie hat zu uns gesagt, ich weiß nicht warum, aber ich hätte da sein müssen. Und ich hätte mich taufen lassen müssen. Und dieses Mädchen war so überführt vom Heiligen Geist, dass der Heilige Geist ihr gesagt hat, hey, lass dich taufen. Und sie hat so geweint, weil sie das Gefühl hatte, jetzt habe ich die Chance verpasst, mich taufen zu lassen. Und das war so ein Anliegen in ihr, das hat sie so bewegt. Und dann haben wir gesagt, kein Problem, das Becken steht ja noch da, wir machen nochmal eine Runde. Dann haben wir alle wieder vom Kaffee zurückgeholt, wieder in den Raum geholt und wir haben nochmal ein Lied gesungen. Und sie hat gesagt, warum sie sich taufen lassen will. Sie hat sich dann taufen lassen. Wir haben noch schnell irgendwo Klamotten irgendwo aufgetrieben und haben sie dann noch getauft. Und es ist aber so, mich hat das so bewegt und ich werde das nie vergessen, weil sie so, weil das scheinbar auch für Jesus so ein wichtiges Anliegen ist, dass dieses Mädchen da saß und sie hat schirrlich ausgehalten, dass sie jetzt nicht sich hat taufen lassen. Und jeder, der mit dem Gedanken spielt, lass ich mich taufen, lass ich mich nicht taufen. Ich will das euch wirklich so ans Herz legen. Nicht nur ans Herz legen, eigentlich will ich am liebsten sagen, hey, lass dich taufen. Genau, und es gibt auch einen Tauvorbereitungskurs. Vielleicht weißt du noch gar nicht so genau, was ist jetzt Taufe eigentlich genau und so weiter und so fort. Und zwar fängt er an am nächsten Sonntag nach dem Gottesdienst. Und deswegen ist heute noch die letzte Gelegenheit, dich dafür anzumelden, weil eben dieser Vorbereitungskurs anfängt. Und da hinten neben dem Ausgang, da sind diese Zettelchen, wo du das ausfüllen kannst, deinem Hauskreisleiter oder an unsere Pastoren oder an mich oder an irgendjemanden, wo du denkst, der sieht wichtig aus, dem gebe ich das. Gibt es einfach irgendjemanden und dann wird es schon an die richtige Person kommen. Genau, und dann haben wir am 23. Nächsten Sonntag was ganz was Besonderes und ich seit wirklich ungelogen, seit ich glaube zwei Wochen wissen wir das jetzt, hüpfe ich fast jeden Morgen morgens durchs Bad und freue mich einfach so unglaublich, weil Benita und Ezekiel Francis von dem Beracher Ministry kommen nach Deutschland, sie kommen hierher, ist ein Riesensegen. Die beiden, manche kennen sie vielleicht noch nicht, aber sie sind für unsere Gemeinde wirklich geistliche Eltern, geistliche Leiter, die unsere Gemeinde mitgeprägt haben. Und wie wir heute so ticken und wie wir so drauf sind, ist mitgeprägt durch Benita und Ezekiel. Und auch, dass wir hier physisch an diesem Ort sind, das ist auch eine Frucht davon, Benita und Ezekiel. Die Story kann euch der Immanuel nochmal wann anders erzählen, aber sie sind auf jeden Fall, wir freuen uns unglaublich, dass sie da sind. Ich will euch so ermutigen, seid mit dabei, schaufelt euch die Zeit frei. Sonntag Gottesdienst, der ist ja hoffentlich sowieso freigeschaufelt bei euch. Und dann am Abend haben wir nochmal eine Session, seid mit dabei und ich gebe euch nur nochmal den kleinen Tipp, kommt rechtzeitig, die Parkplätze könnten knapp werden. Genau, ja, dann wird uns unser Pastor noch uns den Segen sprechen und danach lade ich euch ein zu einem Kaffee noch. Ihr könnt gerne noch hierbleiben und ein bisschen Gemeinschaft noch haben. Ja, wir freuen uns, dass Benita und Ezekiel hier wieder, es ihnen möglich ist. Sie waren lange Zeit, konnten sie gar nicht rausreisen, sonst wäre Benita nicht zurück nach Indien gekommen. Wir freuen uns, dass sie hier sind. Sie sind geistliche Leiter auch von Evi und mir. Und wie Lisa schon angedeutet hat, das Gebäude hätte ich nie getraut, oder wir als Gemeinde hätten nie getraut, diesen Schritt zu gehen, ohne deren prophetische Zusage, dass Gott uns solche Räume geben wird und ohne, dass sie uns ganz viel Mut auch darin gemacht haben, solche Schritte zu gehen. Was für ein Segen ist dieses Gebäude jetzt für uns und für den Leib Christi in dieser Stadt. Und das verdanken wir ihrem Herz, ihrem Dienen und ihrem uns Dienen. Und sei dabei, erlebe sie. Es ist so wertvoll, diese Leiter zu erleben. Und jetzt möchte ich euch uns alle segnen mit dieser Liebe Gottes, die ausgegossen ist durch den Heiligen Geist in eure Herzen. Ich segne euch, dass ihr diese Woche immer wieder das so spürt, wie sehr du geliebt bist. Wie sehr Gott dich gemeint hat, als er sich am Kreuz gegeben hat. Und dass diese Liebe durch dein Leben zu anderen fließt, sodass ihr erlebt, wie ihr untereinander Liebe gebt. Ich segne dich mit dieser Liebe Gottes. Ich segne dich mit seiner Freude, mit seinem Frieden, mit seiner Gegenwart. Der Herr sei mit dir. Amen. Lass uns noch eine Zeit der Gemeinschaft bei Kaffee haben.